Das ist wirklich ein gemütlicher Samstagnachmittag. Ach, wisst ihr was, wir könnten ja noch einen Ausflug machen. Ja! Okay, wo soll's denn hin? Nach Heidelberg zum Weihnachtsmarkt. Ja, das ist eine gute Idee. Also, komm, ab ins Auto. Aber Papa, warte! Wir könnten doch mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Ja, aber nach Heidelberg, das ist doch viel zu kompliziert. Nein, nein, das ist ganz einfach. Wir fahren mit dem Bus zum Bahnhof, im Bahnhof steigen wir in eine S-Bahn und fahren mit der S-Bahn nach Heidelberg. In Heidelberg steigen wir in eine Straßenbahn und von dort fahren wir schön zum Weihnachtsmarkt. Wisst ihr was, ich schlag euch eine Wette vor. Ihr fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln und ich fahr mit dem Auto. Und wer zuletzt am Weihnachtsmarkt ist, der zahlt den anderen eine heiße Waffe. Ja! Oh nein, so viel Verkehr. Mensch, Meier. Oh nein, jetzt ist auch noch Stau. Ah, jetzt geht's endlich wieder weiter. Mensch, wenn nix mehr dazwischen kommt, dann werd ich als erstes da sein. Oh, oh nein, ich muss tanken. Das Tanklicht brennt. Wo ist die nächste Tankstelle? Ah, jetzt verliere ich wieder Zeit. Um, jetzt geht's mal. Ja! Oh, jetzt geht's. Oh, jetzt geht's. Hallo, Papa! Hallo, Kinder! Da seid ihr ja! Und ihr wart die Ersten. Ich werde die Waffe bezahlen. Und ihr habt wirklich recht. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist es viel einfacher und bequemer, besser und billiger. In Zukunft werden wir viel öfter mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Ja!